3, 2, 1, Dreamstar, guck mir nicht so ins Gesicht. Willkommen zurück bei Trouble in Terroristar. Ah, was willst du? Man ey, du hast Nasenbluten, kann das sein? Guck mir nicht so ins Gesicht. Willkommen zurück bei, wir töten jeden, nur weil er lebt. Nur weil er lebt. Das war nicht meine Begründung, Cornel. Aber wir lassen jetzt alte Streitereien ruhen. Okay, wenn ich verstorben bin, war es Dexter. Der könnte mich so leicht nasen. Was denn? Ich habe nicht meine Waffe, Alter. Guck mal, ich schiebe. Hört ihr? Ich krieg der M16. Ich habe Fallschaden bekommen, Dexter hat das Gesicht. Ja, Dreamstar hat Fallschaden bekommen, schließt aber trotzdem nicht aus, dass er Traitor ist. Das ist halt ein dummer Traitor. Ah, was ist denn hier los? Wer war das? Cornel, lebst du noch? Wieso was passiert? Okay, Cornel ist tot. Achso, okay, gut. Wollo, lebst du noch? Cornel? Ja? Hast du eine rationale Erklärung dafür, dass du aus dem Turm rausschießt? Ich habe die Fenster kaputt gemacht, darf man das auch nicht mehr. Ich vertraue dir nicht, ey. Ich muss ihn einfach abknallen. Ich bin innocent, Alter. Mach deinen Karma kaputt. Durch unnötige Tode. Wirklich, mach. Komm, Dexter, mach. Glaub dich, dass die Leute das feiern. Wenn du so schlechte Runden ablieferst und unschuldige Menschen tötest. Das ist das Schlimmste, was man machen kann. Ich habe eine Rifle, du Pisser. Okay, ich wollte mal kurz testen. Ja, töte ihn doch, Dexter. Echt, ey, töten machst du sonst auch immer. Stell dich doch von uns nicht. Wo komme ich denn, wie komme ich, ach hier, da kann ich runter. Ich habe überhaupt keine Arme, wo ich hier hinkomme. Ah, jetzt sehe ich hier lange. Nein! Ich habe falsche Arten, ich habe dicken Fett falsche Arten bekommen. Dexter hat es bestimmt auch gesehen. Dicken Fett falsche Arten. Hab ich! Ja, okay, Cornel. Wo seid ihr? Wollt ihr mich verarschen? Cornel hätte mich jetzt schon zweitmal umgebracht. Ah! Wollo ist es! Hm? Wollo? Tschüss. Ich habe Wollo getötet. Ich habe ihn getötet. Überprüf ihn. Überprüf ihn mal, ja. Ey, wo seid ihr? Ich habe null Ahnung, ne? Wollo liegt oben auf dem Turm. Auf dem Turm. Ach, ihr seid beim Turm. Ihr seid beim Turm da. Ne, ich bin nicht beim Turm. Wo bist du denn? Wo seid ihr denn sonst? Ja, geh mal da die Leiter hoch. Ja, geh die doch untersuchen jetzt einfach. Ja, genau. Darüber. Ey, ich sehe euch eigentlich gar nicht, ne? Ja, du sollst doch überprüfen, wo wir sind. Das ist jetzt eigentlich egal erstmal. Überprüfen ist jetzt wichtiger. Kannst du ihn bitte überprüfen gehen? Beamster? Was? Ja, klar. Ich weiß nur nicht, wer er ist. Da oben am Kanister oder was? Ja, genau. Ja, dieser große fette Kanister. Da sitzt die. Hier oben? Ja. Ja, genau. Wow, Alter. Ich kriege ja mies Fert. Ich kriege die Leiterbacht irgendwie. Dumm, Alter. So. Okay, Wollo war Trader. Und der andere dann nicht. Okay. Die ist da so schlau. Gut. Die scheiß Leiterbacht. Ich bin ja eben schon runtergefallen. Oh, Dreamstar, du bist so dumm. Das ist richtig geil. Ich bin die Leiter eben schon runtergefallen. Die hängt, ey. Ja, man hat jetzt die ganze Zeit überlegt, ob Dreamstar es ist oder ob er die jetzt überprüft. Oh, was für eine beschissene Runde, Alter. Oh, Dreamstar, du bist so dumm. Ey, die Leiter, der kommt nach, kommt bei mir runter. Fällt dann auch dreimal in einer Runde die Leiter runter. Ist der Wahnsinn. Der hält dich da nicht fest, ey. Das geht tatsächlich nicht so gut, die Leiter runter zu klettern. Das muss man jetzt auch mal so sagen. Ja, müsste... Voll beschissen. Du musst dich in der Luft drehen, Mann. 180. Man, ich war rückwärts, um die Leiter zu sein, dann kommt so ein Rotz. Wie im echten Leben halt, wenn man die Leiter halt runterklettert. Ich wusste die ganze Zeit, dass du ein Traitor warst. Wie du dich benommen hast schon wieder. So auffällig wie irgendwie. Ah ja, genau. Stimmt ja. Oh Gott, ich hoffe, ich krieg jetzt nicht gleich einen Header rein. Nein, sobald ich halt... Na ja, sobald wir halt... Kommt man denn hier weg? Sobald ich halt gecheckt hab, dass... Achso. Sobald ich tot war, dann haben alle wieder so voll den Innocent markiert. Und du halt nicht. Ach ja. Ich hab Spaß. War schön. Oh, ich hab schon wieder Fallscharm bekommen. Er war jetzt nochmal Traitor? Ich war Traitor. Ich konnte das jetzt gerade nicht lesen, wer noch Traitor ist. Was laberst du, Bolo? Ey, warst du nicht... Wer jetzt in der letzten Runde Traitor war, oder was? Ey, ich war kein Traitor letzte Runde. Natürlich. War ich Traitor? Ja. Ja. Ist du blöd? Ey, halt, hab ich schon wieder vergessen. Ey, krass. Das ist manchmal echt übel. Man erinnert sich an nichts. Wow, wow, wow. Wer hat... Nein! Dreamstar. Oh Gott. Geile Scheiße. Was ist? Was ist? Ich hab dir nur schrocken, dass du jetzt bei mir bist auf einmal. Was machst du? Alter, geh weg. Ey, ich war doch zuerst hier. Ja, genau. Aber ich bin hier oben, jetzt geh. Dann bleib ich hier unten. Ist Wollo tot? Wollo ist, glaub ich, an Falscher angestorben. Wollo ist an Falscher angestorben? Wollo ist an Falscher? Ja, bist du wahrscheinlich. Ich bin hier wieder runter, weil ich hab Angst vor den Leitern. Dexter legst du noch? Ja. Ey, wenn ich jetzt Halschaden kriege, Brackley sieht es. Okay, warte, ich gucke. Okay, kein Falschaden. Du hast keinen Falschaden. Aber kommst mir so auffällig nah. Geh weg, bitte. Bitte, bitte, bitte. Ey, wo soll ich denn hin? Ich hab keine Ahnung, wo es lang geht. Ja, ich zeig's dir. Ach, hier über die Brücke. Was macht ihr denn die ganze Zeit da, ihr Pils? Mhm. Wo seid ihr denn? Ich hab keine Ahnung, wo sie sind. Hinten einer? Nicht so schön, ey. Wo treibt ihr euch denn rum? Ich hab keine Ahnung, wie ich da wegkomme. Ja. Okay, Dexter ist Traitor. Warum? Nein. Sonst würdest du nicht die ganze Zeit rumfragen, wo wir sind. Ey, ich sterbe wieder. Ja, ich würde gerne wissen, wo ihr seid. Natürlich. Damit ich weiß, von wo die Traitor kommen. Äh. Ah, ja. Man kann nicht mal fragen, wo die Leute sind, ohne dass man direkt beschuldigt wird. Da hinten ist noch Brackley. Ich würde ticken, dass es Brackley und Dreamstar sind. Nee, nee, ich bin's aber wirklich nicht. Ohne Scheiß nicht. Ich bin's aber wirklich nicht, sag ich. Ohne Scheiß nicht. Okay, ich kill ihn, wenn wir beide Traitmen fahren. Ja, ich hab keine Ahnung, wie ich hier wegkomme. Nein, Spaß. Ich tu jetzt auch keine Traitor, wenn ich selbst traiere. Ja, die laufen die ganze Zeit zusammen rum. Ey, beim Cornel kannst du mir navigieren, wie ich hier runterkomme? Ja. Ja, wie? Hier? Trau ihm doch nicht. Wow, schließ doch nicht. Wo seid ihr? Alter, der da hinten ist. Ja, ist Cornel. Pass auf, bewegt dich. Der da hinten ist. Okay, Cornel ist es. Boah, ich hab Angst. Bin es nicht, du bist es. Willst du mich verarschen? Du bist Traitor. Wo seid ihr denn? Was? Wieso? Weil du und Brakely zusammen Dinge machen und Brakely Leute verdächtigt. Ich verdächtige doch ständig irgendjemanden. Kann man einer Wollo überprüfen? Wo ist der denn? Der Wassertank ist ja runtergefallen wieder. Okay, warte, ich guck mal. Ja. Es wäre schön zu wissen, ob es noch zwei Traitor gibt, weil... Wollo war innocent. Ja. Wir sind vier Leute. Ich bin nicht innocent. Das bedeutet... Wo sind... Dreamster lebst du noch? Wakely lebst du auch noch? Ich leb noch, ja. Und Dreamster? Ich leb auch noch. Ja, ja. Dexter, bist du innocent? Ja. Ich würde dir sogar glauben. Ja, weil ihr beide gemeinsame Sachen macht. Ich würde dir wirklich glauben. Wer ist denn jetzt noch am Leben? Ja, eigentlich fast alle außer Wollo. Ja, vier. Nur Wollo ist tot. Nur Wollo ist tot. Ja. Ach, das ist doch bescheuert. Hier kommt überhaupt nichts irgendwie runter. Wo seid ihr denn? Ich kotze gleich die Wand an. Das ist der Wahnsinn. Ich finde hier niemanden. Wenn ihr euch alle in euren scheiß Ecken verschanzt, um mich dann zu töten, ne? Das ist wie der Typ... Oh mein Gott, bin ich dumm. Oh, super. Hab's mitverfolgt. Runtergefallen? Ja. Du auch? Nee, nee, nee. Ich bin noch hier. Also das sind nur noch... Wer ist jetzt noch da? Cornel? Cornel ist auch noch da, ja. Der sagt ja nichts. Ja, weil er so tot, als wäre er tot. Ah, cool. Ach. Okay. Die uns hat's wirklich. Gehen wollen. Und Cornel. Ach nee, Cornel? Du warst echt tot, ja? Ah, schade. Gut, dass du's warst, Dreamstar. Was? Ich bin auch gerade wieder fast geplatzt. Von einem Ausschlussverfahren. Aber du warst es ja selber. Dann ist alles okay. Ich hätte auch jetzt nie damit gerechnet, dass das wird... Besonders Dreamstar fängt an, Brakely abzuschießen, steht neben den explosiven Fass. Beste Position überhaupt. Aber er hat ja gewonnen. Aber er hat ja gewonnen. Aber du auch? Seht das aus selbst nicht? Ja. Dexter hat dich erschossen, Conan. Aber ich dachte... Nachdem du sagst... Ja, ich vertraue dir. Ja, was? Ja. Zack. Kein Herz, der Junge. Er hat kein Herz, ey. Ich bin einfach ein krasser Typ. Richtig krasser Typ. Oh, schon wieder, Inno. Jetzt habe ich hier die... Traitor. Oh Gott. Die Peche, Fahne. Phase, Fahne. Weiß ich nicht. Das interessiert nicht mehr einen, wenn ich das sage. Das ist ja Wahnsinn. Was? Ich habe gerade Traitor geschrien, so als Witz. Und niemand hat jagen. Ach, als Witz? Ach, als Witz, gell? Immer so ganz witzig. Witzig. Irgendjemand hat seinen Ton zu laut. Ich höre mich doppelt. Und das muss Dexter sein, glaube ich. Ich höre mich auch doppelt. Wieso bin ich denn? Ich höre mich nicht doppelt. Warte, ich mute mich mal. Dexter, was machst du nur noch ein bisschen? Ich höre mich doch nicht. Dexter hat irgendwas gekauft. 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 Alter, ich schwöre es. Nein! Ich überprüfe ihn. Ich überprüfe ihn. Alter. Überprüfe ihn. Okay, okay, okay. Ich gebe dir die Zeit, ihn zu überprüfen. Und? Chill, warte. Wo ist er denn? Wasser irgendwo. Hier. Alter. Was ist? Ja, mit's mach. Wir warten. Fuck. Das war witzig. Das war so schlecht, Dexter. No. Das mit dem Wasser habe ich ihm... Hättest du jetzt... Du, 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 du. Du hättest sagen können, okay, äh, im Wasser kann ich ihn nicht überprüfen. Dann hätte ich dir das geglaubt. Dann wärst du mit der Sache durchgekommen. Na. Naja. Wer ist der andere? Die finde ich doch wieder nicht. Dann lass ich ihn halt zu mir kommen. Ich chill jetzt hier so lange, bis der andere kommt. Egal. Soll. Ich bin das halt ein langweiliger Part. Vor allem, wenn der andere nicht mehr redet. Einer von euch beiden muss es ja sein. Jetzt seht zu. Dexter hat sich gemutet. Der redet wieder mit, äh, den Zuschauern. Hallo Zuschauer von Dexter. Ich rede dazwischen. Ja, mach ich ihn Solo-Let's Play raus, ne? Willkommen zurück, Leute, zu Trouble in Terrorist Town. Heute mal alleine. Wer war das? Ciao. Wer war das? Untot. Das war aber ein langer Part, Frodo. Was? Das war aber ein langer Part. Ja. So? Irgendwo mussten die Einnahmen hierher, ne? Genau. Ab jetzt drei Sekunden passen. Wenn's halt so kommt, dann kommt es so. Dann kann man sich auch gut zwischendurch mal angucken. Ja. Die Runden sind alle so scheiße gerade. Ja, weil man die Traitor ist. Ach, geht, geht. Also ich kann mich nicht beschweren. Also ich kann mich schon beschweren bis jetzt. Ich spiele schon wieder richtig dumm. Ja. Ich hab's eigentlich ganz gut gemacht, als ich Traitor war. Aber dann hab ich mich halt wieder selbst eliminiert. Das ist das Problem. Aber wie Cornis sich aufgeregt hat, als ich ihn abgeknallt hab, ey. Ja und niemanden hat's interessiert, ne? Habe ich gar nicht gehört. Habe ich gar nicht gehört. Habe ich gar nicht gehört. Oh Mann. Habe ich nicht gehört. Boah, wer ist da drin? Wo drin? In dem Haus. Ja, das Haus. Das eine. Das eine Haus hier. Das große, oder was? Das bin ich. Ey, man kann ja auch mit keiner Waffe eigentlich was anfangen auf dieser Web, ne? Außer ne Reifel. Ey, war da weg. Ja, ich will doch nur hier durch. Da in dem Haus gibt's eigentlich ne Reifel. Echt? Die hab ich aber. Ach, Cornel. So, ich werd gleich weggebrochen. Was willst du denn mit einer Reifel? Ich werd gleich weggesnipet hier. Was willst du denn mit einer Reifel? Das ist die Frage, ne? Was willst du mit der Reifel? Ich hab Angst vor euch beiden. Ich muss ganz ehrlich zugeben. Ja, dann lass mich in Ruhe. Wollt du laufen? Oh, Greenster bitte. Was machst du denn da? Ich guck nur. Wer ist denn da hinter mir? Was wollt ihr denn alle von mir? Lass mich doch mal. Ich bin grad in einer Lebenskrise. Darf ich bitte? Nee. Ich verpiss mich von denen. Wow, denkst du der letzte noch? Ja, ich... What the fuck? Wer hat geschossen? Cornel war's, Cornel war's. Ich hab's gesehen. Ich war's gar nicht. Cornel war's. Er ist der Einzelne, der hier noch... Ja, ich seh' dich doch dort. Hm. Hm. Wo ist denn Cornel? Weiß ich nicht. Einer weiß, wo Cornel ist. Gott. Hey, Wakely, du hast es eigentlich mit der Stelle da oben, oder? Ja, ich find die so geil. Aber ich... Dann weiß ich, wo er ist. Ja, ich auch. Da, wo er immer ist. Nein. Gut. Sorry, tut mir leid. Das war eigentlich meine Schuld. Cornel, ich hab gesehen, dass du die Science-AVP hattest. Aber ich hab mich nicht... Ich war mir nicht sicher. Ich hätte dich einfach abschießen sollen. Boah. Ich hab dich durchgeschossen, Dexter. Ja, ich weiß. Wenn du auf Cornel gezielt hättest... Ja, ja. Wenn Cornel kam aus dem Haus... Wie geil ich Dreamstar getötet habe. Da hinterm Terminal-Hotel. Er ist irgendwie weggeflogen. Habt ihr das gesehen? Nein. Der hat gerade noch, als er aus der Tür rauskam, ich konnte nur noch so einen Bruch teilweise sehen. Er hatte ein großes Scope in der Hand. Dann kam er raus, hatte eine Pistole plötzlich in der Hand. Ja, ne. Das war relativ auffällig. Aber ich hab's nicht gemacht, Cornel. Weißt du auch warum? Weil du mich immer anklagst, wenn ich dich töte sonst. Weil er so... Gut, weil er so... Was soll ich auch gerade sagen? Bei Cornel... Da musst du wieder richtig so... Da musst du wieder mit einem Hagel an Beleidigungen rechnen. Wenn du ihn auch nur untouchst, ey. Das ist der Wahnsinn. Der muss das ja tun. Hätt ich dich einfach mal umgebracht. Hast du es verdient. Wenn du mir jetzt über den Weg läufst, kriegst du einen Headshot. Ich bin innocent und Dreamstar ist nicht innocent. Ich bin auch innocent. Bist du ein? Ich bin auch, genau. Warum bist du... Ja, dann gib mir doch mal einen Grund, warum... Ey, Wollo rennt mir da her. Wollo, geh. Wollo, ey, was machst du hier? Ey! Was ist dir passiert? Brackley, lebst du noch? Brackley lebt nicht mehr. Es tut mir leid, aber es macht einfach Spaß. Ich bin innocent, aber ich hab ihn getötet. Cornel! Und dann beschwert dich Cornel, ne? Warte, ich töte mich auch. Na, weiß mal, warum wir das immer machen, Cornel. Hä, Cornel? Bist du irgendwie behindert? Ist Cornel jetzt tot? Wow, wow. Dann muss Dreamstar es ja sein. Wo ist Dreamstar? Ich bin, keine Ahnung, wo bin ich denn? Irgendwo. Okay, Dreamstar's traitor. Wollo ist gerade gestorben. Alles klar. Das ist sehr interessant. Wollen wir entsorgen erstmal das Mühle hier. Tschüss. Wo bist du denn, Dreamstar? Ach, ich bin irgendwo. Du bist irgendwo? Jo. Gehst du noch ein bisschen genauer? Ne, eigentlich. So genau jetzt auch wieder nicht, ne? Ach, Dreamstar. Jetzt machen wir hier nicht so einen Katzenmaus. Ich bin auf den Hausblocks. Auf den Hausblocks. Ich glaube, ihr könnt nicht weiter aufeinander sein. Ne, könnt ihr auch nicht. Aber ich denke mal, er ist da, wo Brakely ist, so ungefähr. Weil ich Dreamstar gar nicht mehr sehe. Ach da. Ey, Brakely tut mir leid, aber du warst Traitor, oder? Er war Traitor. Ja, ja, ich war Töter, ja. Ja. Alter, Cornel, so ein Glückstreffer, ne? Ja, ey, Mann. Ja, ey, Mann. Der kommt so fast und du läufst auch noch daneben dran. Also wirklich. Weißt du? Ja, aber man muss ja nicht einfach drauf schießen, wenn einer daneben steht. Cornel, du hättest jetzt Rotz und Wasser geweint. Das ist unglaublich, wenn du abgeschossen werden würdest. Rotz und Wasser. Naja, nicht unbedingt, weil ich hab ihn ja nicht getötet. Das war ja das Problem. Ich hab dir ins Gesicht geschossen und du bist nicht gestorben. Noch drei gerissen. Ah, jawoll. Oh, es gibt noch ne Runde? Cool. Ja. Mann, ey. Oh, geil. Ich find die Map so gut. Ja, die ist echt gut, ne? Aber nur, nur wenn man Traitor ist. Die Silence AWP ist halt über. Ja, nicht wenn man nicht zielen kann. Vielleicht ein bisschen zu viel. Wenn man nicht zielen kann, ist es nicht so gut. Ja. Wir müssen auch auf die Behinderten achten in unserer Gesellschaft. Ja. Also ich glaub, auf der Map wäre ein Traitor besser als zwei. Nee. Nee, glaub ich nicht. Doch. Wann gewinnen denn hier mal die Traitor? Immer. Traitor an die Macht. Ja. Aber auch nur. Vielleicht gewinnen nie. Weil ich nie Traitor bin. Ja. Nein. Du bist nie Traitor. Du bist auch nur dreimal Traitor geworden. Innocent. Oh, innocent. Ich balle hier gleich alle Fässer ab, damit man mich nicht damit wetschießt. Wollo, da war ich schon wieder zum Fass. Welche Waffe hast du dir gerade genommen, Cornel? Hä? Welche Waffe hast du da in der Hand? Einfach still. Da willst du mich abschießen. Jetzt hab ich keine Waffe mehr. Oh. Danke. Danke. Da ist jemand. Hier ist... Hier sind welche. Wollo und... Wollo und... Wer ist das Cornel? Oh. Ich geh auch mal hoch. Ey, ey, echt. Ey, Wollo, wenn ich jetzt sterbe, ist Cornel, ne? Woah. Woah. Was geht? Wo seid ihr? Warum sind das Schüsse? Okay, Dreamster war's. Ah ja, ich hab's ja auch gesehen. Und, äh, der, der Wollo getötet hat. Also... Dickstar. Warum denn? Was? Ausschlussverfahren. Einer von euch beiden hat Wollo getötet. Wieso denn Ausschlussverfahren, Brakely? Ja, weil wir nur noch zu dritt sind. Ja. Und Cornel hat einen Traitor getötet. Ich bin Inno. Ja, du bist Inno. Kann man ja leider nicht auf Band sehen. Und du bist der einzige, der noch übrig ist. Hier, komm. Hier, komm. Ja, der macht das unter euch aus. Oh. Wenn ich wüsste, wo er ist, würde ich's ja ausmachen. Wer war das jetzt da? Oh. Hm. Was? Ja, Dexter, wo ist Lee wohl, ne? Darf man jetzt raten. Ja. 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 Wobei, ich hab jetzt gelogen. Er ist gar nicht da, wo er immer ist. Nimm's zurück. Nee. Ist er ja gar nicht. Ja. Ja. Man braucht ja auch manchmal einen Tapetenwechsel, ne? Ja, das gehört sich so. Ey. Das ist so gefährlich, was ich hier mache. Umlaufen ist immer gefährlich. Eigentlich muss man campen und warten, bis der andere rauskommt. Das ist nur blöd, dass der andere nicht rauskommen wird, ne? Aber da hab ich ihn gesehen. Dem wird irgendwann langweilig und dann. Und wo? Ach, da. Da hockt er. Der typische, ey. Ted Wrigley. Ekelhaft. Nein! Ekelhaft ist der Typ. Ekelhaft. So, das war's. Bis dann und ciao. Auf unserer Traitor-Glanz-Parade. Ja. Bis dann. Ciao. Ciao.